Rüstungskonzerne in der Vergangenheit in der Öffentlichkeit mehr oder weniger totgeschwiegen. Seit dem Ukraine-Krieg haben sie aber auf einmal bei vielen ein sehr positives Image. Da kann man ja gleich mal die Werbetrommel für sich rühren. Das hat zumindest der Panzerhersteller Rheinmetall gedacht. Er hat jetzt eine Waffenmesse in Frankreich genutzt, um für sein neuestes Panzermodell zu werben. Ausdrücklich wird der Panther, der Panther, so heißt der Panzer, als Gegenstück für ein russisches Modell angepriesen. Das soll die Antwort auf russische Top-Panzer sein, meint zumindest der Hersteller Rheinmetall. Panther heißt der neue Kampfpanzer, den der Konzern gern als Nachfolger des Leopard 2 sehen würde. Denn der ist in die Jahre gekommen. Rheinmetall hat bei der französischen Waffenmesse Eurosatory diesen Panzer überraschend vorgestellt. Dieses Panzermodell, das soll eine Antwort auf den russischen T-14 sein. 130 Millimeter Kanone, also stärkere und weiterreichende Munition sind damit möglich. Der T-14 Armata trieb 2015 westlichen Generälen den Schweiß auf die Stirn. Starke Kanone, eine gute Panzerung. Ansonsten setzte Russland auf Geheimhaltung. Ein Vergleich. Der Panther ist mit 50 Tonnen leichter, wahrscheinlich wendiger als der Armata. Seine 130 Millimeter Kanone hat 50 Prozent mehr Reichweite. Der Armata soll aber nachgerüstet werden. Beide haben eine Ladeautomatik. Der Panther kann mit Drohnen weit entfernte Ziele angreifen, der Russe Lenkraketen verschießen. Zielerfassungskomputer und auch KI sind beim Panther mitgedacht. Russland hüllt sich hier in Schweigen. Vom Panther gibt es bisher nur Vorführmodelle. Allerdings, das russische Heer schaut bisher wohl auch nur in die Röhre. Der Armata kostet dreimal mehr als der T-90 das bisherige Spitzenmodell, hier zerstört von den Ukrainern. Aufgrund der Sanktionen kommt Moskau wohl auch nicht an die benötigte Elektronik für den Armata. Derzeit bleibt der also eher ein Propaganda, denn ein wirkliches Kriegsgerät. Untertitelung des ZDF für funk, 2017